Es geht weiter mit dem zweiten Teil Lebensberatung mit Gopal und ja, hier ist die erste Mail, ein bisschen länger. Ich lese mal vor. Ich halte alles so kurz es geht. Seit 1,5 Jahren weiß ich von einer konventionellen Traumatherapeutin, dass ich eine schwere dissoziative Traumafolgestörung habe und wohl kurz vor DID bin. Ich war schon als Baby im Schatan und habe während des Aufwachens in meiner Familie kein Konzept dafür entwickeln können, wie eine sichere Verbindung zu Menschen aussieht. Also hier sage ich gleich, was zu, das ist nicht hilfreich. Also wenn du daran deine Identität bindest, ist immerhin eine Identität, wenn man gar keine hat. Trotzdem ist das einfach problematisch. Ja, einfach das mal dazu. Es geht weiter. Da es sich so anfühlt, als ob ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde, jemals aus diesem Albtraum herauszukommen, lassen mir drei Fragen keine Ruhe. So, hier du schreibst anfühlt. Ja genau, es fühlt sich so an, weil du als Kind nicht rauskamst. Es war die Realität und die hat sich in dein Nervensystem eingebrannt. Fakt ist aber, dass dieses Gefühl einfach nicht stimmt. Es fühlt sich real, allumfassend und wie eine unumstößliche Wahrheit an und es ist komplett gelogen. Das ist ja das, was ich immer sage. Das Nervensystem lügt uns an, solange wir nicht transformiert sind. Ich habe da auch extra ein Video zu gemacht. Das Video hat den Namen, das Nervensystem lügt uns an. Und genau das ist das, was du hier beschreibst. Das ist ganz wichtig zu wissen. Dieses Gefühl stimmt nicht. Nur der Organismus, der hat ja vielleicht noch nichts anderes erlebt. Ja, also spült er dieses Gefühl hoch. Aber wie gesagt, es stimmt nicht. Erstens, geht der Albtraum dann auf der anderen Seite weiter, wenn ich tot bin, wenn ich es nicht geschafft habe, mein Trauma zu lösen, beziehungsweise sich mein System nicht sicher anfühlt? Ja, da bin ich leider nicht derjenige, der sich mit auskennt oder da Erfahrungen hat. Schwer dazu was zu sagen. Ich vermute, dass das, was du Albtraum nennst, generell weitergeht, auch im nächsten Leben, bis das gelöst ist, weil das einfach Grundprägungen sind, Annahmen. Ja, und die werden sich einfach wieder manifestieren. Also vermute ich. Und ja, es ist so lange da, bis es gelöst ist. Und ich kann dir einfach nur sagen, es wird sich lösen. Früher oder später. Das Leben ist so angelegt. Ja, wenn du es in dem Leben nicht schaffst, wozu es überhaupt keinen Grund gibt, das nicht zu schaffen, dann passiert es im nächsten Leben. Es passiert in jedem Fall. Und so wie es sich anfühlt, wie ein Albtraum, der nicht enden kann, wie ein riesiger, unüberwendbarer Berg, das ist faktisch nicht so. Ja, das ist faktisch nicht so. Vergleich das mit einem Auto. Stell dir vor, du hast ein Auto und der Motor ist kaputt. So. Ja, wenn du dich nicht auskennst damit, dann hast du verloren. Das dann, ja, was machst du? Du kriegst es nicht zum Laufen ohne Kenntnisse. Wenn du gar keine Ahnung hast von Automechanik, wie ein Motor funktioniert, hast du keine Chance, das zum Laufen zu bringen. Und dann fühlt sich das aussichtslos an. So. Wenn jetzt ein Top-Mechaniker aus der Formel 1 kommt, der macht einmal die Motorhaube auf, hast du einmal rein und das Ding läuft wieder und gut ist, dann ist es in ein paar Sekunden vergessen, das ganze Problem. Und das ist die Realität. Ja. Das ist die Realität. Aber solange du es nicht erfahren hast, fühlt es sich halt wie aussichtslos an. Nur es ist nicht aussichtslos. Das stimmt einmal nicht. Zweitens, da ich nicht hundertprozentig ausschließen kann, dass ich mich niemals selbst umbringen werde, muss ich wissen, was mich dann erwartet. Saugen mich dann irgendwelche Wesen auf der anderen Seite aus? In Klammern habe ich von einem Schamanen gehört. Oder machen die das jetzt schon, weil ich geschwächt bin? Ich würde dir empfehlen, diese ganzen Fragen in die Tonne zu treten. Vergiss es. Vergiss diesen Unsinn. Vergiss es einfach. Denk nicht drüber nach. Lass dir nicht solchen Stoß erzählen. Ja. Das, was du bist in Wirklichkeit, ist ewig, unsterblich, unangreifbar, nicht verletzbar. Das ist deine wahre Natur. Alles andere sind Erscheinungsformen. Das, was du in Wahrheit bist, kann nicht ausgesaugt werden. Das kann nicht mal berührt werden. Das hat mit allen Manifestationen überhaupt nichts zu tun. Natürlich, wenn man so die Berichte hört von Menschen, die sich das Leben nehmen und zurückkommen, die haben in der Regel keine schönen Nachtoderfahrungen. Ja, wenn man im tibetischen Buddhismus schaut. Also wenn man sich umbringt, das ist so ziemlich das Dümmste und Ungünstigste, was man machen kann. Also ich habe da keine Erfahrung mit. Ich habe da auch nur drüber gelesen, aber das würde ich unter gar keinen Umständen machen. Drittens. Für mich steht es mit meinem geistigen und emotionalen Zustand außer Frage, Kinder zu bekommen. In Klammern und zweitrangig auch wegen des Zustandes unserer Gesellschaft. Welche Folgen hat das für meine weiteren Leben, falls ich überhaupt weitere Leben bekomme? Denn eigentlich ist es ja Ziel von biologischem Leben, sich fortzupflanzen. Ja, das ist so. Da bin ich, glaube ich, so ein bisschen der falsche Ansprechpartner für diese Ebenen, weil ich bin nicht erleuchtet oder nicht erwacht. Also ich kann das alles auch nicht überblicken. Aber aus dieser Frage, was ich aber in jedem Fall sagen kann. Ja, der Raum, aus dem diese Frage geschrieben ist, ist natürlich eine große Not, Verzweiflung und ein Gefühl von Verlassen sein und Verloren sein, keine Hilfe bekommen. Das, was du beschreibst oder der Raum, aus dem das geschrieben ist, ist ein völlig verlorenes kleines Kind. Nur das Universum ist so nicht. Das Leben ist so nicht. Ja, du hast diese katastrophale Erfahrung gemacht, aber diese katastrophale Erfahrung, die ist trotzdem eingebettet in einer größeren Geborgenheit. Dahinter ist noch mehr. Hinter dieser grauenvollen Erfahrung ist etwas, was sich um dich kümmert. Das Leben kümmert sich um dich. Also die Sicht, die du hast, die aus dieser Frage oder diesem Text durchscheint, die stimmt nicht. Das kannst du jetzt glauben oder nicht. Das ist einfach meine Erfahrung. In Wirklichkeit bekommst du rund um die Uhr Unterstützung. Heißt nicht, dass du das vielleicht annehmen kannst. Trotzdem ist es so. Das Leben will dich dauernd heilen. Alles, was passiert, dient nur deiner Unterstützung. Das steht sogar in alten thebetischen Texten drin. Alles, was erscheint, dient nur unserer Unterstützung. Auch wenn es schlimme Erfahrungen sind. Und du könntest es mal ausprobieren. Einfach als Experiment. Ich meine, was hast du zu verlieren? Ich schlage dir ein Experiment vor. Ein geistiges Experiment. Die Sicht, die du jetzt beschrieben hast, ist ja klar. Hast du beschrieben. Dein Erlebnisraum ist auch klar. Das kennst du schon. Ich schlage dir das Experiment vor, für eine beschränkte Zeit, zum Beispiel für eine Woche, dich zu zwingen, das Leben anders zu sehen. Deinen Geist mal zu zwingen, so zu tun, als wäre alles, was du im Außen wahrnimmst, eine Unterstützung für dich. Alles. Stell dir vor, das Leben ist wie so eine riesige Gebärmutter, wie so ein riesiges Lebewesen, was dich gerne hat. Und du zwingst dich mal, deinen Geist zu ändern. Das ist ja nur eine andere Geisteshaltung. Und guckst mal, wie das ist. Und was dann passiert. Als Vorschlag. So, du schreibst weiter. Ich bin kurz davor, einen Schamanen zu kontaktieren und denen mal nachgucken zu lassen, was bei mir los ist. Hab aber auch Angst, dass ich danach dann noch verwirrter bin. Ja, Schamanen, Schamantum, das ist eher die astrale Ebene. Das sind keine Buddhas. Ja, dass diese Ebene ist nicht die absolute Ebene. Diese Menschen haben zwar einen erweiterten Blick, kennen aber in der Regel auch nicht die absolute Wahrheit. Also, wenn du dich zu jemandem wenden willst, dann würde ich dir einen Satzsanglehrer empfehlen oder halt einen guten Traumatherapeuten. Und das nachgucken lassen, das hilft nichts. Das sind ja reine Informationen, da hast du nichts von. Versuch in Kontakt zu kommen. Und in Kontakt kommen heißt, etwas mitteilen, so wie jetzt hier mit der Mail. Das ist der Anfang. Du fängst an, dich mitzuteilen. Damit geht's los. Und vielleicht bewirkt es ja schon, wenn du jetzt mir zuhörst, vielleicht bewirkt es ja schon irgendwas Positives. Wer weiß. Und da einfach weitermachen. So, du schreibst, mich hat die Sache mit den ganzen Anteilen, die, wie ich von meiner Therapeutin gelernt habe, in mir sind und mit denen ich reden und um ihre Meinung fragen sollte, schon genug verwirrt. Ja, klar, natürlich. Du bist ja nicht geteilt, sondern du bist eins. Ja, das, was alles wahrnimmt, ist eins. Da gibt es keine verschiedenen Anteile. Das kann hilfreich sein, mal das so zu betrachten. Das ist vielleicht ein Werkzeug für Therapeuten. Aber wenn du eh schon zersplittert bist und dann sollst du noch in dir da herum navigieren, halte ich auch für problematisch. Also ich arbeite so nicht. Wenn es dir nicht gut tut, würde ich das deiner Therapeutin einfach sagen. Das ist einfach der Weg, mehr in Kontakt zu kommen. Statt das jetzt mir zu sagen, sag es deiner Therapeutin. Mir tut das nicht gut, mit diesen Anteilen zu arbeiten. Das verwirrt mich. Ja, und dann guckst du, wie sie reagiert. Also das ist der Weg. Immer mehr in Kontakt treten. Immer mehr sich trauen, die Wahrheit zu sagen. Das in Kontakt treten ist bereits die Auflösung. Das ist das Verrückte. Das ist wie die Ebene wechseln. Wenn ich in einem ehrlichen Kontakt bin, bin ich quasi schon raus aus dem Trauma. Egal, was da im Nervensystem noch nicht gelöst ist. Und dazu ist es notwendig, mit dem wirklichen Mitteilen anzufangen. Gut. Nächste Frage. Lieber Gopal, einen großen Dank an dich für deine vielen so wertvollen Videos. Deine Meinung, Haltung und deine Arbeit, die teilweise heiklen Themen zu transportieren, sind einfach ein Geschenk für die Welt. Smiley. Mich würde interessieren, wie du über Pornos denkst, was deine Haltung dazu ist, was aus deiner Erfahrung im Gehirn passiert bei Menschen, die oft Pornos ansehen und wie man als Partnerin eines Mannes, der sich ohne Pornos nicht selbst befriedigen kann, damit umgehen soll, wenn der Partner beim Sex, in Klammern vermutlich aufgrund der Pornos, nur auf die Genitalien konzentriert ist und alles andere langweilig findet. Ich würde mich freuen, wenn du dazu ein Video aufzeichnen würdest. Dankbare Grüße. Ja, genau. Das sind halt so Themen, worüber keiner spricht, die sehr viele Menschen betreffen und den Kern unseres Erlebens berühren. Aber um den Kern navigieren wir ja meist erfolgreich drumherum. Das sind Themen wie Sex, Liebe, Hass, Tod. So was. Darüber wollen wir eher nicht reden. Von daher freue ich mich über diese Nachricht. Ich habe mich da noch nicht so viel mit beschäftigt mit dem Thema. Allerdings, was ich wahrnehme ist, oder was ich glaube, ist, dass wir einfach, wie soll ich sagen, wir haben wie so unterschiedliche Etagen. Wir sind wie so ein siebenstöckiges Haus, könnte man sagen. Keller, Erdgeschoss, obere Stockwerke, Dachgeschoss. Unser Leben, unsere Lebensenergie, die will durch uns hindurch. Und die kann man nicht wegmachen. Das heißt, wir haben entweder durchfließende Energie und das würde bedeuten, wenn wir jetzt wenig Blockaden haben, dass wir quasi in jedem, in jeder Etage, in jedem Erlebnisraum Zugang haben. Das würde zum Beispiel bedeuten, wir spüren den Körper gut, wir spüren Körperkraft, wir spüren Sexualität. Das kann sein, wir spüren Emotionen, Gefühle. Wir spüren Liebe, Offenheit, Mitgefühl im Herz. Wir können uns ausdrücken. Wir können formulieren. Wir können uns konzentrieren. Wir können Bilder entwickeln und kommunizieren. Und wir haben Zugang noch weiter nach oben zu transpersonalen Räumen und vielleicht noch nach ganz unten in die Erde rein. Ja, also ganz viele unterschiedliche Ebenen. Und wenn jetzt Energie durch unser System fließt, dann fühlt sich das lebendig und gut an. Wenn wenig Energie fließt, dann fühlt sich das Tod an. Oder man müsste sagen, verzerrt fließt. Ja, dann fühlt sich das Tod an. Wenn jetzt eine Etage zu ist, zum Beispiel im Herzraum, jetzt, man könnte jetzt sagen, das Herzchakra oder was, wenn das zu ist, dann fehlt mir was und da fühle ich mich da an der Stelle tot. Und dieses, dieses, also das dahin zu fühlen, würde die Heilung bedeuten. Dann muss ich aber diese Leere wahrnehmen. Ja, und das ganze Traumamaterial, Traurigkeit, Verlassenheit, Einsamkeit, ja, das müsste, dem müsste ich dann begegnen. Aber die Tendenz ist, das nicht zu machen, sondern, dass man sozusagen das Leben in anderen Bereichen sich auf das, auf die Bewegung und das Leben in anderen Bereichen fokussiert. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand, der im Herzraum zu ist, dass der alle Energie über das Mentale fließen lässt und zum Beispiel Wissenschaftler wird. Und die ganze Energie in den Kopf geht und der Rest eben keinen Strom hat und dann lebt der Mensch in dem zirkulieren lassen von Gedanken. Und das erlebt er dann als Leben. Ist immer noch besser als nichts. Ja, also wenn der Raum zugänglich ist, dann hat er eben das Leben über das Mentale. Ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel wäre aus meiner Sicht, wenn das nach unten in die unteren Zentren geht, weil das Herz zu ist, dann geht es eher in Richtung Sex und Pornos. Dann muss ich das alles da drüber abwickeln. Und diese Zentren, die haben ja sozusagen, denen geht es im Wesentlichen um die Fortpflanzung. Da ist nicht so die Beziehungs- und Gefühlsebene. Nur, das ist halt keine Lösung. Weder im Mentalen, noch über das Sexuelle, ja, noch über Körpersymptome. Es gibt Menschen, die kanalisieren das in Krankheiten rein. Oder in transpersonale Räume, noch weiter nach oben. Also wenn wir Ebenen, wenn Ebenen geschlossen sind, blockiert sind, dann fokussieren wir uns einfach auf andere, weil wir uns sonst tot fühlen würden, weil wir sonst diesem, diesem, diesen Blockaden begegnen würden. Und so sehe ich das auch mit Pornos. Das heißt, das ist einfach, da wird, da ist die Energie über, quasi die geht nur oder im Wesentlichen über das Sexzentrum durch. Immerhin geht sie da durch. Es ist ja so, wir kriegen immer den Partner, der sozusagen den Gegenpol lebt. Es kann also sein, dass jemand, der alles über das Sexzentrum kanalisiert, dass der eine Partnerin hat, wo die körperliche Ebene, genau diese Ebene eben verschlossen ist und die zum Beispiel nur über das Herz sich verbinden möchte. Ja, das gibt's auch. Das ist tendenziell eher bei Frauen so, die das sozusagen über den Körper nicht durchlaufen haben, aber über das Herz, über die Emotionen, über den Herzraum und dann möchte so jemand natürlich darüber in Kontakt treten. So. Und mit diesem Konflikt leben wir dann in der Partnerschaft. Und das ist aber auch genau sozusagen der Raum, wo das heilen kann, weil ich mit dem Partner erlebe, was bei mir blockiert ist. Ja, der Partner will immer über meinen Körper. So. Und das mag ich nicht. Oder meine Partnerin spricht immer von Emotionen, will immer auf meinen, also spricht immer mein Herz an. Will ich nicht. Ja. Aber das ist genau, wie das heilen kann, wenn ich, wenn sich beide darauf einlassen. Ja, also wenn wir das zulassen, wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt das über den Körper alles laufen lasse und lasse mich aber darauf ein, mich über das Herz anzusprechen, wenn ich das mache, dann kann ich transformiert werden dadurch, wenn ich mich darauf einlasse. Und umgekehrt. Das heißt, wenn ich das körperliche, das sexuelle verleugne und ich lasse mich darauf ein, was mein Partner da mit mir vorhat, dann erfahre ich vielleicht, dass das schön ist und sicher und werde dadurch transformiert. Und dann muss ich das nicht mehr verschlossen halten. Also das Problem ist nicht nur, behaupte ich, bei deinem Partner, der sich auf den Sex fokussiert, sondern ich behaupte, dass das ein Spiegel ist für das, was durch dein System nicht durch kann. Und ihr könnt beide das zusammen transformieren. Hallo Gopal. Kannst du bei Gelegenheit aus deiner Erfahrung mehr zu Dissoziationen in einem Video zusammenfassen? Vor allem, wie man daran geht zuerst. Denn ohne Behandlung dieser ist Traumatherapie kaum möglich, oder? Beste Grüße. Also der Weg oder was Dissoziation ist, heißt, bestimmte Erlebnisräume werden gespalten. Das heißt, ich gehe zum Beispiel, ich lenke die Energie, also ein Beispiel von Dissoziation ist, ich lenke die Energie von der Körperwahrnehmung ins Mental. Dann spüre ich den Körper nicht so. Eine typische Variante. Und der Rückweg ist dann entsprechend. Wenn ich Dissoziation auflösen will, muss ich Eindrücke von Sicherheit erzeugen, zum Beispiel durch Körperbewegung, durch soziale Interaktion. Und dann kann die sich nach und nach wieder auflösen. Aber das ist eher eine Sache, die man im Einzelfall dann sehen muss. Das kann man schlecht pauschal sagen. Also das Prinzip ist, durch Eindrücke von Sicherheit alle Ebenen wieder zugänglich machen. Nur dass diese Aussage nützt dir jetzt wahrscheinlich nicht viel. Das muss jemand machen, der individuell auf deine Situation eingeht. Deswegen möchte ich da jetzt nicht mehr zu sagen. Hallo Gopal. Meine Frage ist, ich habe versucht, in Verbindung zu kommen. Die Folge davon war erneut ein traumatisierendes Erlebnis. Ich mache es falsch. Soweit klar. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie ich in Verbindung kommen kann. Was, wenn keine Menschen da sind, mit denen ich in Verbindung treten könnte. Gut, vielleicht nochmal zu dem Thema erneute Traumatisierung oder Retraumatisierung. Sowas gibt es in meiner Wahrnehmung nicht, sondern es gibt eine Aktivierung von altem Traumamaterial oder eine tatsächliche neue Traumatisierung aufgrund von tatsächlich real erlebter Lebensgefahr und Ohnmacht. Ja, also ein Trigger ist keine Retraumatisierung. Eine Aktivierung durch einen Trigger ist keine Retraumatisierung, kann man meiner Ansicht nach so nicht sagen, weil das, was dann hochkommt, ist was Altes. Das ist nichts, was neu in das System kommt. Also wie auch immer, du schreibst, ich mache es falsch. Das weiß ich nicht, ob du es falsch machst. Es geht darum, weiterzumachen. Lass dich nicht aufhalten. Ja, lass dich nicht aufhalten. Und die Aussage, was, wenn keine Menschen da sind, mit denen ich in Verbindung treten könnte, das ist deine Kindheit. Ja, das stimmt aber nicht mehr. Vielleicht waren, also nicht vielleicht, sondern es waren früher keine Menschen da. Als Kind hattest du keine Chance. Du konntest nicht einfach sagen, ich gehe in eine andere Stadt und gucke mal da. Aber jetzt geht das. Es sind überall Menschen vorhanden, mit denen du in Verbindung treten kannst. Millionen. Ja, Millionen. Die sind überall. Wirklich. Mach einfach weiter. Und wenn du nicht weißt, wie, guck dir meine Videos an. Also alle 330 Videos, fast alle handeln an sich nur von diesem einen Thema. Und wenn das nicht reicht, such dir einen Therapeuten, der dir dabei hilft. Das ist keine, also wie gesagt, das ist kein großes Ding. Das erscheint nur so, weil davon keine Erfahrungen im Nervensystem sind. Das ist was ganz Einfaches. Und wenn das transformiert ist, dann wirst du sehen, dass das fast überall möglich ist. Das ist so selbstverständlich für die Menschen, die jetzt nicht so traumatisiert sind. Die denken da überhaupt nicht nach. Die, ja, guck, guck dich einfach mal um. Geh mal in eine Kneipe oder in einen Café und guck dir die Leute an. Das ist alles, das ist etwas ganz Natürliches. Nächste Frage. Ach, ich mit meinen dummen Fragen. Deswegen, Gopal, wie stelle ich die richtigen Fragen? Ja, das ist natürlich eine coole Frage. Wie stelle ich die richtigen Fragen? Tja, wenn ich das wüsste. Ich glaube, dass es nicht um die richtigen Fragen geht, sondern darum, was in dir ist. Zum Beispiel. Mein Kopf fragt sich jetzt, wie er die richtigen Fragen stellen soll. Mentale Ebene. Ich fühle mich gerade unsicher. Oder ich fühle mich gerade traurig. Oder ich fühle mich gerade glücklich. Emotionale Ebene. Mein Körper fühlt sich entspannt an. Körperebene. Das ist das, wie das funktioniert. Sich mitteilen. Versuch nicht so sehr nach Antworten zu suchen. Nächste Frage. Hallo, Gopal. Jetzt kommt mir noch eine Frage, von der ich mich freuen würde, wenn du darüber ein Video machen könntest. Es geht um das Verhältnis von Abgrenzen und Teilen oder Sicherheit und Welt retten. Was ich jetzt verstanden habe, ist erst abgrenzen, dann mitteilen. Gilt auch erst abgrenzen, dann Welt retten? Wenn ich das Thema Welt retten, Verantwortung für die Welt übernehmen höre, fühle ich mich oft überfordert bis wütend. Absolut. Absolut. So als wäre ich dazu noch nicht bereit, da ich mich noch nicht mal sicher fühle. So als müsste ich mich erst sicher und abgegrenzt in meinem Körper und in der Welt fühlen können, bevor ich mich im Ernst um andere und die Welt kümmern kann. Macht das Sinn oder hältst du es für eine Ausrede? Danke. Wie immer hören wir die Kindheit? Jeder, der spricht, solange er sich nicht geheilt und verbunden fühlt, redet praktisch aus, ununterbrochen von seiner Kindheit. Und das ist auch das, was wir hier hören. Du sprichst von deiner Kindheit. Und Welt retten bedeutet nichts weiter als der Versuch, das Gesamtsystem zu regulieren, damit man selber überlebt. Das ist ja auch die Energie, woher das kommt. Wenn ich die Welt retten will als Erwachsener, ist das eigentlich die Energie des Kindes, das verzweifelt versucht, die Eltern zu regulieren, damit es selber überlebt. Und das transportiere ich dann in die Erwachsenenwelt und projiziert es dann nach draußen. Aber die Energie, wenn man da genau hinschaut, ist das, ich dann hoffe, mich endlich entspannen zu können, weil ich dann endlich sicher bin. Und das ist aber nicht disregulierte Eltern hat. Ja, dann verliert es sich selber in dem Versuch, die Eltern zu regulieren, weil es sie braucht, um selber überleben zu können. Das ist ja eine totale Verzerrung. Dann dreht sich das um. Die Eltern sind ja dafür da, das Kind zu regulieren, nicht umgekehrt. Aber wenn das so destruktiv ist, dann ist eine Notlösung eben zu versuchen, als Kind das gesamte Umfeld zu retten, in Anführungszeichen, die Welt zu retten, damit es selber gerettet wird. Was aber nicht geht als Kind und was eine völlige Überforderung ist und was natürlich Wut und Hass erzeugt. Natürlich, weil als Kind brauche ich selber was von außen. Ich bin ja nicht derjenige, der die Familie therapieren muss. Also das ist dieser Erlebnisraum. Und von daher würde ich dir einfach empfehlen, vergiss das Thema Welt retten. Vergiss es einfach komplett für immer. Brauchst du nicht. Guck, dass es dir gut geht. Und das heißt, du kümmerst dich um deine Bedürfnisse, um deine Sicherheit, um deine Grenzen und alles andere ist eine Falle. Das ist einfach eine Falle. Die Falle besteht darin, dass du glaubst, wenn ich die Welt rette, dass das eine Lösung für dich ist. Ist es aber nicht. Das war es als Kind schon nicht wirklich. Das ist einfach wieder diese Schleife, wo wir das Szenario der Kindheit versuchen, als Erwachsener zu lösen und wo es aber keinen Ausgang gibt. Wir müssen das Gesamtkonstrukt loslassen in der Erkenntnis, dass wir das heute gar nicht mehr lösen müssen, weil wir das direkt bekommen können, was wir brauchen. Du kannst direkt zu jemandem sagen, du kannst mir bitte eine Umarmung geben. Ich brauche mal wirklich Körperkontakt. Zack. Und schon ist das ganze Welt retten Thema erledigt. Oder du drückst aus, dass du wütend bist und dass das so nicht geht für dich. Und auch dann ist das Thema Welt retten erledigt. Dieses Thema spielt nur so lange eine Rolle, solange du nicht in Verbindung bist und nicht deine Bedürfnisse und Abneigung leben kannst. Und später, wenn du dann transformierst, also wenn du dich glücklich fühlst und verbunden bist, dann wird automatisch irgendwas von dir in die Welt fließen. Da musst du dich aber nicht so zwanghaft darum kümmern, in der Hoffnung, dass da für dich was dabei rauskommt. Gut, dann sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.